Jeffrey Hill, bei Durchsicht von 50 Jahre im Bild, Bundesrepublik Deutschland. Es geht nicht um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gibt's in der anderen Welt. Nicht einmal um Unrecht, das tut ja nichts zur Sache oder fast nichts. Nicht einmal um die Kontinuität der Käuflichen, der Windigen, die Beleibten, die bemerkenswerten Haarschöpfe, die schönen oder schlichten Gattinnen, Sekretärinnen und Dolmetscher. Die Krawalle und Demonstrationen, die jetzt aussehen wie Pausenfüller, Maskeraden, Umzüge, Studentenulg. Die Polizei mit Wasserwerfern. Man sucht den Regisseur des Films. Kann ihn nicht finden. Da ist die Mauer, beschriftet. Da der Reichstag, das Brandenburger Tor, unterschiedlich aufpoliert, mit oder ohne Stacheldraht. Da ist Willy Brandt am Ghetto-Mahnmal kniend zu Besuch in Warschau. Dezember 1970 Ich tat, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt. Und von der Reichstag, was little man ancora aussehen. A Bild moment. Ich hatte aber keine Gesinn, so lange aussehen wie Pausenfüller,